Entschuldigung, aber ich warte hier auf meinen Kunden. Nein, deine Wartezeit ist vorbei, Baby. Ziemlich geile Bude. Shit, gehört nicht auf dem Whirlpool zu der Ausstattung? Du bist Karl Gerger? Ja, das ist voll korrekt. Jetzt nur keinen feuchten Schritt kriegen. Ich bin nur scharf auf schwarze Ladies. Akzeptierst du Hunderter? Du wirkst nicht wie ein Junge aus reichen Familien, für die ich sonst arbeite. Bist du etwa ein Rapper? Ja, sehr gut erkannt. Man nennt mich White Chocolate. Also, ähm, ein Elternteil müsste den Vertrag unterzeichnen. Und auch dann kämst du für die Hausverwaltung nicht in Frage, fürchte ich. Was? Mit Niggergeld kann man hier echt nichts reißen? Ich kann dir nicht ganz folgen. Nee, das war klar. Du hast ja keine Ahnung, wer ich bin. Dafür muss man erst mal 400 Jahre Unterdrückung überstanden haben, bis man das kapiert. Shit, wir wollen sowieso nicht in White Trashdown wohnen. Lass uns verschwinden, Nick. Viel Glück für Sie, Mr. Chocolate.